Hey, kommt ihr auch zum Kinderfest? Ja klar, ich freue mich schon. Sollen wir zum Baum? Ja. Ich muss nach Hause. Tschüss. Tschüss. Ich bin aufgeregt. Oh, da kommt Eli. Hi. Hey. Wie geht's? Gut. Sollen wir zur Schule? Ja, komm. Tschüss. Es macht Spaß. Guck mal, wer da kommt. Kenan, Anneliese und Ivo. Hi. Sollen wir zu mir nach Hause? Ja. Komm. Okay. Hey, es geht gleich los. Ich weiß, da kommen die anderen. Hey, da kommt die liebe Tatjana. Wollen wir tanzen? Guck mal, da kommen die anderen. Ich weiß. Bis zum nächsten Mal.